Oh Mann, du erinnerst dich an gar nichts mehr. Oh Mann, du erinnerst dich an, du erinnerst dich an. Und stehlen seine Datei. Der Kunde will eine saubere Lösung. Er verlangt das Material aus Breslers Computer und Bresler muss sterben. Niemand wird hier erfahren, was geschehen ist. Wenn die Bombe detoniert, wird es so aussehen, als wäre Schadar das Ziel gewesen und Bresler nur der Kollateralschaden. Der Kunde wird hier sein. Das war's. Ich habe nicht alles vergessen. Ich weiß noch, wie ich dich umbringen kann, Arschloch. Ich weiß noch, wie ich dich umbringen kann. Ich weiß noch, wie ich dich umbringen kann.